UNTERTITELUNG Wach auf, Freundchen. Was? Du wolltest uns doch nicht etwa abkratzen, oder? Wie wär's mit einem Nachschlag? Das hat gerade erst angefangen. Keine Sorge. Wir kümmern uns später noch einmal um dich, ja? Wir kümmern uns später noch einmal um dich. Wir kümmern uns später noch einmal um dich. Der! Komm schon! 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 Zeit für Ihr Morgenbad, Milord. Wenn der so weitermacht, wird er nicht mehr lange drauf. Na, los jetzt. Nur noch ein paar Schritte. Na, war doch gar nicht so schlimm, oder? Und weiter geht's. Du bist ja schon so weit. So, kommt Zeit. Steck ihn wieder rein. Ach, du kleiner Scheidt! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich und mein Glück. 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 Ich und mein Glück.